Herzlich willkommen zur Talk24 am 1. Juni. Der Fahrplan für die Einführung des E-Rezepts steht. Ab September soll verstärkt in den Kammerbezirken Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe getestet werden. Eine Verpflichtung für die Teilnahme besteht für die Praxen allerdings nicht. Die Apotheken sollen ab September bundesweit in der Lage sein, elektronische Verordnungen anzunehmen. Alle Details und eine Analyse des Beschlusses der Gematik finden Sie auf apotheker.talk.de. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich erfreut über den beschlossenen Plan für die Einführung des E-Rezepts gezeigt. Dies sei ein Durchbruch für die Digitalisierung, sagte der Minister. Lauterbach geht davon aus, dass nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern auch die Ärztinnen und ApothekerInnen von der Einführung des E-Rezepts profitieren werden. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, kurz ABDA, will sich eine Strukturreform geben. Um berufspolitisch professioneller aufgestellt zu sein, soll es künftig neben dem Hauptgeschäftsführer einen Generalsekretär geben, der neben dem Ehrenamt die Belange der Apotheker nach außen vertritt. Der ABDA-Präsident soll unabhängiger sein und nicht mehr Vorsitzender einer der Landesorganisationen sein. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass Arbeitgeber ihren Angestellten Corona-Tests vorschreiben können. Die Testpflicht müsse aber verhältnismäßig sein und die Interessen aller Beteiligten abwägen. Das Grundsatzurteil könnte noch von Bedeutung für tausende Arbeitnehmer sein, wenn die Corona-Infektionszahlen wieder steigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder.